einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde san diego aka sponge zu dem boss hat eine autogrammstunde in berlin gegeben und ein youtuber namens chester tv hat ja das ganze aufgenommen wer lust hat das ding anzuschauen den klatsch ich das video unten in der beschreibung geht auf seinen kanal und schaut euch das video an es ist sehr interessant man konnte dort sich noch ein paar bücher holen und naja ich sag mal das album wenn man sich das gegönnt hat einmal signieren lassen man hört aber dort auch die original stimme von san diego ich wollte schon pusten aber dann wären wir im benzenner weg und der natürlich imitiert auch ganz gut den lieben spongebob ich bin zwar kein ich sag mal rap news kanal aber es hat mich interessiert und das wollte ich an euch weitergeben also geht vorbei bei dem jungen man schaut euch das video an wir sehen uns bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen tschüss